Niedersachsen geht es gut mit der wirtschaftlichen Kompetenz der FDP. Mit 3,2 Prozent Wirtschaftswachstum ist Niedersachsen Spitzenreiter. Stefan Birkner ist unser Kandidat, damit es so weitergeht. Im vergangenen Jahr sind mit uns jeden Tag mehr als 300 neue Jobs entstanden. Jeder Job zählt. Die FDP hat für die richtigen Investitionen in Niedersachsens Bildung gesorgt. Heute gibt es daher nur halb so viele Schulabbrecher wie noch 2003. Jeder Schüler muss die Chance auf den höchstmöglichen Schulabschluss haben. Ich bin für mehr Lehrer und ein vielfältiges Schulsystem mit Gymnasium. Jede Schule zählt. Wir wollen die Schuldenbremse für Niedersachsen so schnell wie möglich. Schloss mit Schulden, damit Niedersachsen handlungsfähig bleibt. Wir achten darauf, dass Ihr Geld nicht verschwendet wird. Wir stecken das Geld lieber in Schulen und Infrastruktur als Zinsen zu zahlen. Stimmen Sie für weniger Schulden und mehr Chancen für uns alle. Am 20. Januar ist Niedersachsen Wahl. Deshalb Zweitstimme FDP. So stimmt Niedersachsen. So stimmt Niedersachsen. So stimmt Niedersachsen. FDP.